Sarah Ferguson freut sich Prinzessin Eugenies Baby-Glück Sarah Ferguson, 63, kann es offenbar kaum erwarten, erneut Oma zu werden. Am Dienstag verkündete Prinzessin Eugenie, 32, dass sie und ihr Mann Jack Brooksbank, 36, ihren zweiten Nachwuchs erwarten. Bereits vor einigen Wochen war spekuliert worden, dass die Enkelin von Queen Elisabeth I.I. Römisches Kreuz, 96, wieder schwanger sein könnte. Nun ist es freudige Gewissheit. Auch Eugenies Mama Sarah freut sich wahnsinnig über die Schwangerschaft ihrer Tochter. Auf ihrem Instagram-Profil kann Sarah ihre Freude nicht mehr zurückhalten. Ich bin so glücklich für mein Mädchen. Schreibt die Ex von Prinz Andrew, 62, zu einem niedlichen Schnappschuss mit der werdenden Zweifach-Mama. Darauf ist zu sehen, wie die Duchess of York ihre Tochter liebevoll in den Armen hält und das Mutter-Tochter-Dulo herzlich in die Kamera lacht. Bereits am Dienstag äußert sich die 63-Jährige erstmals öffentlich via Social Media über die Baby-News. Ihre Vorfreude machte Sarah mit einem Bild von Eugenies ersten Sohnemann August Philipp Haske ganz deutlich. Du wirst die Pfützen teilen, Augie. Großartige Neuigkeiten. Oma Himmel. Ich bin zutiefst dankbar. Schrieb sie zu dem Schnappschuss, auf dem ihr Enkel in wasserfester Bekleidung durch eine riesige Pfütze dolt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017